hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part von das große krabbeln wir sind in der flussbett schlucht im letzten part haben wir die klippen gemacht wir haben bis jetzt alles auf 100 prozent ich habe herausgefunden dass es noch drei bonus level gibt und wir schon zwei freischalten können und zwar einmal hier im tunnel und einmal beim training kann man jeweils ein bonus level freischalten und ich habe mir gedacht wenn wir wieder so ein zum beispiel ein boss gegner haben wie zum beispiel beim beißer wo man sagt okay das dauert also das ist jetzt relativ kurz nur was weiß ich so 10 15 minuten und wir haben noch zeiten dass euch denn einfach als dieser bonus level dann mache so nebenbei es gibt halt einfach den bonus 10 die flussbett schlucht ist ein level das kann ich euch jetzt schon sagen ist ein bisschen länger mein leben die flussbett schlucht ist tatsächlich ein level das ist ein wenig länger es kann sein dass wir dafür zwei parts brauchen gegebenenfalls ich guck den einfach mal nach 30 minuten wie weit wir sind große große felsen so ist hier oben und was ja das f da komme ich aber nicht so nicht dann ich weiß gar nicht ob ich euch das schon mal gezeigt habe wo es mal gut habe ich verloren ist eine super power wäre will ich auch nicht das schlimmste was du machen kannst dich freiwillig melden am ziel ist es alles wieder einzusammeln und genau alles einzusammeln und natürlich die gold beere zu bekommen damit war denn was machen können sorry da hatte ich jetzt gut geguckt ist hier hinten auf wir müssen einfach mal gucken wo lang können habe ich mir das nicht vorgestellt ist auf jeden fall schon mal ein wenigstens etwas damit ich dann die nehmen kann nein ich habe es falsch gemacht so nehmen wir jetzt und versuchen uns mal hier so an die vorbeizusteigen also das ist das ist nicht der erste kleines mieses etwas ja immer noch mal kurz zum anfang hier du zecke haha easy erstmal schön abgelenkt du kommst doch da bestimmt hoch ja also soweit siehst du ja gar nicht aus dass du das nicht schaffen kannst ja das würde funktionieren ich nehme ich mit bis weiß nicht erst mal bis an die kante bis zum regen wo ich mich nie wieder freiwillig was wir denn sagen okay das ist so eine stabile position das energy okay hier ist noch ich weiß irgendwo ging es auch was er wird die sackgasse ja komm als ob hier ist eine sackgasse hat er mir jetzt einen ausgesprungen okay ich nehme ich auch mal mit das heißt hier weil ja hier sackgasse ist müssen wir nur drauf über dürfen wir nicht vergessen dass es hier weiter geht okay dann geht das halt nämlich auf der anderen seite nämlich weiter und dann können wir den erstmal mitnehmen hier ist das auch so ein ding hier müssen wir auf jeden fall mit vielen samenkörnern arbeiten wahrscheinlich hätte ich auch erst gehen okay weiter geht es hier mit den samenkörnern weiter würde ich jetzt auch nicht kommen das kann ich glaube grün ist besser als zwischenstand hier ist tatsächlich jetzt schon ich lasse ich jetzt mal ganz prophylaktisch erst mal da stehen ich brauche ich habe da sowas gesehen am besten so nah wie möglich daran dankeschön dich lasse ich jetzt mal da liegen und dann gehen wir mal auf die andere seite schneckern also das ist so ein hin und her auf jeden fall hier die zeigen mir nur wo ich schon war wir sind auch wieder so sachen da oben ist das l werde ich aber so schnell nicht hinkommen obwohl das könnte mit zwei gehen wir einmal mal rum vielleicht ist hier noch irgendwo ein da eine münze die ich eventuell gebrauchen kann also gehen wir erstmal einsammeln aha aha okay theoretisch theoretisch könnte ich echt du hältst frei auf mit beiden hier noch die werkbau können wir mal ausprobieren oder wir warten einfach bis ich ein besseres grünes habe und geht er mit einer ich weiß es kommen noch ein paar münzen auf jeden fall ein paar grüne münzen auch und da würde sich das wahrscheinlich eher lohnen nur mit einer mit einem samenkorn denn da hin zu laufen aber ich weiß nicht ob das ausreichen würde die eine grüne pflanze hier ist nämlich die pflanze was ich meine die ist nämlich jetzt schon höher hier ist jetzt das tic hier brauche ich auf jeden fall noch nicht muss sagen können sonst komme ich da nicht hoch doch komme ich auch hoch springen ums eck hier muss ich halt irgendwie hin die frage ist nur wie ich komme ich da hin er kommt schon als ob wir bräuchten auch noch eine verbesserte helikopter meise äh gerade schon besseres ding aber ich glaube wir könnten schon mal das f holen weil nämlich die sind ja beide hier komme ich ja jetzt wahrscheinlich so hoch ne ja und ich glaube das ist hoch genug um anders l zu kommen ich meine das was sie holen können das können wir dann ja schon mal nehmen ne wir müssen so oder so nochmal hier lang weil wir ja eh äh alle gegner kaputt machen müssen ich laufe auch die nächsten weg einmal drehen dankeschön ganz vorsichtig um die ecke schielen das flussbett überqueren am besten da wo der punkt ist also das hier ist eher so eine fleiß aufgabe mit lauf mal überall hin nein doch komme ich ran hier brauche ich zum beispiel gar keine keine samenkörner mehr weil ich komme mir eh nicht durch das heißt dass der erste teil so ein bisschen ist soweit wie es geht sauber wo halt noch die gegner dann halt mit der goldbeere snacken ey du knoller ey das kann doch das ist doch 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 bin ich jetzt endlich da dankeschön das wollte ich nicht kann ich bitte haben danke nochmal hab's nicht gesehen wo geht's hin und nochmal ah weil es so schön war so jetzt gucken wir mal was da oben los ist ich weiß nicht warum das so spät angenommen wurde und wieso ich hier von allen eins drauf krieg ok da ist nichts geh lang geh weg hier ist einer der ist mobil wir lassen ihn erstmal liegen ich bin schneller als das ding ne ich bin schneller als die Beere so da gehen wir noch nicht lang hier ist auch nur einer der mobil ist was ist da hinten mein freund und helfer kommt wir nehmen erstmal den dann können sie nämlich gar nichts da ging es ja runter ich kann mit denen halt nicht springen aber ich kann mir hier schon mal so ein bisschen die gegner vom leib halten wenn ich schon hier so mit diesen dingern da beworfen werde dann kann ich mal die dinge hier du gingst nicht ne ne der regenwurm ist zu stark aber hier oben wollt ihr mich jetzt sagen jetzt sind hier keine gegner doch da hier komm mal runter auf einen halben meter hallo ich bin hier da ist auch noch was da muss ich dann auch mit dem samenkorn hin aber die frage ist wie ich brauche halt erstmal ein bisschen mehr helikopter action beziehungsweise das nächste das war jetzt nicht so gewollt aber ist wie gesagt ich mir geht es jetzt erstmal darum mir so ein bisschen die gegner von mal zu halten jedenfalls bei denen die es geht ich kann ja mit dem ding leider nicht springen das ist es halt aber was erledigt ist ist schon mal erledigt ne ich melde mich nie wieder freiwillig und wenn ich jetzt hier schon wieder irgendwie so äh bären äh samenkörner tragen muss es ist schon so ein bisschen nervig so wie gehen wir mal ich weiß auch nicht wer mich was wäre das hier zu runter schnall so ich mach dich jetzt einfach schon mal an hier ist eine wenn ich wahrscheinlich die lässt sich erstmal hier so liegen ich guck erstmal da oben was da oben los ist auf jeden fall eine grüne ist da so dreh ich mal danke bühne werde ich brauchen um halt weiter zu kommen weil ich glaube da ist schon das ziel da ist schon das ende das heißt hier kann ich vielleicht da aber da kommen wir so hin das ist doch ich melde mich nie wieder freiwillig so der sagt mir was dass da oben die goldbeere ist ja was ist das ist das war mir bewusst die frage ist die kriegten samenkorn auch die frage ist 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 wie komme ich wohin und wie mache ich was das lassen wir erstmal schnick schnick habe ich mir das nicht vorgestellt ja theoretisch griechen samenkorn darüber mit dem ding wenn ich da noch eins machen das heißt ich bräuchte zwei samenkörner ein wo ich den helikopter hier hin mag ich darf auch nicht da in diese lücken fallen weil sonst ich darf auch nicht da in diese lücken fallen weil sonst ist schon mal einsam ich kann aber doch den einen den nicht die meine ich nicht aber ich habe sie jetzt ausversehen kaputt gemacht aber war hier nicht zufällig nur einer ne hier ist keiner das heißt ich muss irgendwie doch mit denen da rüber weil der eine war ja auch kaputt ne also der eine war ja auch ich mir das nicht vorgestellt festgewachsen der da ist nein das wollte ich nicht kriege ich den eventuell so so schon mal nicht also aber der ist schon mal auf der seite das ist sehr gut der spalt ist aber kleiner oder große rote felsen immer was ausprobieren dich direkt davor so funktioniert das weil das ist da zum beispiel nicht aber hier und dann kann ich den jetzt hier so nehmen und überlegen wie ich den erhob ich bin ich jetzt endlich da bin ich jetzt endlich da ich krieg den da nicht hoch ne so ne da geht er nicht hoch das flussfeld überquert hier ist eh ein das heißt ich musste irgendwie anders hoch die frage ist wie die der verfolgt mich auch große rote felsen kommen wir hier so hoch ne der ist festgewachsen da muss ich den helikopter hochkriegen ich habe mal eingesehen der hat das folgendermaßen gemacht ne so nicht ne so nicht der hat das die helikopterpflanzen der hat auch drei samen gebraucht der hat hier die noch genommen aber hier so rüber gesprungen dann können wir den ja wieder dahinten ne das funktioniert auch der ist noch ein bisschen mehr und dann hat der geguckt dass die in einer reihe sind und dann hat er so und dann hat er so und dann hat er so dass sie im prinzip eine reihe gegangen sind er hat so eine kettenreaktion ausgelöst und dann im prinzip die hat die größte durchschlagskraft dann machen wir das mal dann wissen wir dass wir hier an der stelle nicht mehr hin müssen aber ich glaube oben war da noch ne ja hier die habe ich jetzt nicht endlich da ist hier noch einer ich wusste doch dass hier noch einer war den hätte ich gesucht ich sag's euch den hätte ich gesucht so hier ist einer da dann gehen wir zurück und wissen im prinzip bei der ruse müssen wir da können wir die ruse holen und müssen nicht mehr längs da war das trampolin hier war der anfang genau hier war der anfang hier ist nichts mehr so einmal rum bitte genau denn sind wir ja da geht es weiter das heißt ich muss in die richtung weil hier sackgasse war aber hier waren auch gegner blutsauger wir waren glaube ich nur noch gegner hier ja diese eine pflanze war die mir heilung gegeben da so 34 so habe ich mir das nicht vorgestellt das sind klippen was erwartest du an den seiten mal gucken hier scheint alles in ordnung zu sein auch keine regen wir mal und da komme ich glaube ich her ne und hier sind noch kicker ist nur einer auf der anderen seite auch ne es gab doch so eine passage da waren zwei fast nebeneinander dann gehen wir jetzt einmal hier kurz rum okay hier ist keiner mehr nur noch oben zehn stück fehlen mir noch plus meine buchstaben ich melde mich nie wieder freiwillig ne das hat so nicht funktioniert wie ich mir das vorstelle hm ja als ob ja hier habe ich das ding schon eingesammelt ne ja hier was auch immer hier oben war habe ich schon eingesammelt bin ich jetzt endlich da ich habe sechs ok sechs leben das würde ich dann auch mal gucken beim training wenn ich da nochmal die buchstaben einlöse äh einsammeln ob ich denn nochmal ein extra leben bekomme oder ob das spiel sagt ne du hast da jeder das mögliche leben schon geholt geht nicht weiter aber schön dass du es gesammelt hast so da wissen wir das sauber eigentlich ist es gar nicht mehr so viel ne es ist jetzt einfach nur noch so hier haben wir es sauber gemacht weil da war ich ja einmal da links aber hier ist noch einer das weiß ich so ah direkt reingerannt fast ah hier noch der regenwurm den konnte ich ja nicht kaputt machen hier sind die teile die ich meine da sind doch die dinge die ich meine da ist der samenkorn da geht es weiter gehen wir jetzt hier lang da ist nämlich noch das das i ist da einer oben oder muss ich da einen hoch schicken jetzt gucken wir hier nochmal kurz in die ecke nicht dass ich irgendjemand übersehen habe ne hier ist alles sauber da ist noch aber da muss ich erst mal hin ich hab ja zum glück zwei samenkörner hier das ist so unnötig so so habe ich mir das nicht vorgestellt ich weine gleich vielleicht auch hier wieder mit drei arbeiten wieso ist er denn jetzt nicht gesprungen es ist halt so dumm mir fehlen halt noch zwei die sind halt da und dann ist es ja nur noch der buchstabe ach klick i love you aber komm spring danke red ich mal hier brauche ich wird ganz gern was ausprobieren aber ich bin mir nicht so sicher ob das funktioniert wenn ich jetzt hier zum beispiel so eine pflanze reinstellen pass auf so kann ich den samenkurm vielleicht auch blatt zu blatt wahrscheinlich nicht ne ich mein wäre schon cool aber wir gucken mal kann ich den da so drauf stellen spalten so habe ich mir das nicht vorgestellt das wird nicht so funktionieren muss eine irgendwo die erhöhung finden wo ich den locker drüber fliegen lassen kann das ist zu viel das ist glaube ich zu hoch wir probieren es einfach aus versuch macht klug große rote felsen ich bin mal ganz kurz so ne das ist das der ist da so ein bisschen zu habe ich die andere pflanze hinten war die ein war die fest ja die war fest na gut habe ich hier noch irgendwo bin ich jetzt endlich da lass mich in ruhe 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 ach ne dann kommt jetzt schon wieder so ein spalt hm das heißt ich muss das irgendwie mit den zwei regeln spalten spalten so habe ich mir das nicht vorgestellt ah das flussbett überquert ja 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 ne der ist zu weit der ist zu weit zu nah dran zu nah dran glaube ich wenn ich den jetzt hier so und den denn so seitlich hochschieben und den denn so seitlich hochschieben oh das funktioniert aber jetzt müsste ich ja hier drauf jetzt hier doch mal aufzumeckern und da ist das und wir sind fertig auch so weit eine halbe stunde ist doch moderat ah da ist mir in ruhe stimmt das k war ja hier vorne schon ne das k war ja hier vorne schon aber na oh ja man kann nie genug gerne haben f l i k heißt du blick das bin ich okay okay herzlichen glückwunsch okay nichts besonderes sagen sie ha diese wagemutigen artisten tun das mit verbundenen augen ich ich darf ich nunmehr die zuschauer mit schwacher konstitution bitten die arena zu verlassen diese nummer ist so gefährlich dass wir auch nur eine kleinigkeit schief geht wenn nur eine kleinigkeit schief geht ja ist passiert möchtest du speichern nein machen wir später das vogelnest das ist wieder tatsächlich ein boss level aber den boss machen wir dann beim nächsten mal und ich sag auf jeden fall dankeschön fürs zusehen auf wiedersehen und bei bei ein der w 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